So, jetzt haben wir die Geschenke für unsere Kleinen. Schau mal, mein Schatz. Schau mal, schau mal. Und das Backerl, sag ich mal, was ist denn in dem Backerl drin, was Sie kriegen? Ja, schöne, feine Leckerlis. Schöne Hunde-Klecherlis. Mach halt, da hält es halt auch mal gerade, Mensch. Oh, da kann ich aber auch hier drauf machen, Dagmar. Ich mache mal hier drauf. Ja, schön. Ui, herrlich. Schau, ist das gut? Oh, lecker, 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 lecker. Heute ist ja Weihnachten. Und, Romeo, wo ist denn deins? Romeo, schau mal. Ja, schau mal. Romeo. Romeo. Schau mal, dein Weihnachtsgeschenk. Joyce, du hast deins. Romeo. Johnny. Nein, lass ihn mal gehen. Und wo ist vom Rudi das Weihnachtsgeschenk? Der arme Bub kriegt wieder nichts. Hauptsache die zwei. Die Köder haben was, ne? Hauptsache die Köder haben. Köder. Hat die Moni heute auch gesagt. Ne. Wieso Köder? Das sind keine Köder. Das sind erstmal ihr Babys. Och, schön. Rieche mal an dein Parfüm, ob man das überhaupt benutzen kann. Welche, welche sind. Ach so. Wenn es in Ohnmacht fällt, ist es vor lauter Gestank. Oder? Oder? Ach, das kriegen wir da. Ich hab gedacht, Mama. Das hat schon lange gut getan, hab ich gedacht.